Hier auf dem Stand von Simone Reller von Aufdruck. Hallo Frau Reller, schön, dass Sie da sind. Erzählen Sie uns, was bedrucken Sie? Ich bedrucke hier vor Ort Tassen mit Ihrem Konterfei, mit Text, mit Sprüchen. Was Ihnen gerade so einfällt, das kann ich hier vor Ort umsetzen und kann das auf die Tasse bringen. Und in Ihrem Geschäft in Delbrück können Sie auch Kleidung bedrucken? Genau, da bedrucke ich Textilien aller Art. Alles was waschbeständig ist, kann ich waschbeständig natürlich bedrucken. Und Sie haben uns hier ein paar Beispiele mitgebracht und ich muss sagen, es sieht richtig edel aus, wie Sie drucken können. Es ist waschbeständig, haben Sie gesagt. Wie lange hält das? Ich hoffe ein Leben lang. Es ist natürlich von der Pflege abhängig. Es gibt immer eine Waschnerleitung dabei. Wenn die eingehalten wird, dann hält es eigentlich sehr, sehr. Das heißt, es eignet sich auch sehr gut für Logos, für Namensschriften, für Unternehmen und Organisationen. Ganz genau. Es kommen viele Schulen zu mir, es kommen Einzelhändler zu mir, es kommen Vereine zu mir, es kommen Stammtische zu mir. Alles drin enthalten. Einzelne Kunden sind dabei. Aufdruck mit Simone Reller aus Delbrück. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.